Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beko-Sitzeine-Kammerich-Wir kommen wir schon auf Cyberpunk. Wir haben uns auf ein Motorrad geschwungen. Hier sind wir noch vor dem Media Center. Wir werden jetzt mal ein bisschen die Stadt grusen und einfach mal gucken, wo wir nochmal die... wo es nach Docktown geht. Einfach so, weil wir Spaß haben. Das ist jetzt unser Motorrad. Wie ich aussehe, total geil. Und wir fahren mal los. Schauen wir mal, wo wird Docktown los? Ich habe wohl keine Ahnung. Ich will auch nicht mehr sehen. Ich muss mal gucken, wann wir jetzt langfahren. Ob wir noch irgendein Auto finden. Für unseren Motorrad. Aber wir haben alles schon gefunden. Wir haben alles schon gemacht. Wir haben alle Einheiten in der Nähe. Verbrechen in Wurzeln gemeldet. Verstanden. Sicher wieder in Cyberpsycho. Ich mach schon. Zentrale, was ist eigentlich mit meinem Überstundenzuschlag? Ich steck mich mal kurz. Vielleicht geht das grad weg hier. Ich hatte gerade dieses Autosymbol gesehen. Code Null. Wiederhole. Code Null in diesem Sektor. Zurück zur Patrouille. Da hab ich gebremst. Da hab ich genau in den Rheingerauschen. Warte mal, ich muss mal gerade was machen hier. Ich hatte jedes nochmal... So, die Schnellreise würde ich noch nicht machen. So. Wir fahren mal einfach. Ich will die ganze Zeit jetzt die Partie zerstören. Weil sonst bei Lego es sich nicht anders. Schau, schau, schau. Okay. Ich habe es noch einen Ball. Oh. Naja, wir waren auch schon. Über die Zeit. Machen wir weiter. War schon schwer. Wenn ihr den Wert von Cyberpunk sehen wollt, dann müsst ihr mal ein anderes Headplay verfolgen. Und dann habe ich schon mal gespielt. Ich hatte auch 100% gespielt. Dann ist halt das Ziel. Was für ein Scheiß? Ich nehm weg um! Ja, das ist ja auch ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Ja, das ist so ein Scheiß. Höhenfelder Ich weiß, wie ich hinfahre hier Hier habe ich zu viel gemacht Ich hatte das vor, noch mal zu spielen In einer Charakter Gibt es nichts für dich Ja, ist ja gut Ja, fein Hast du fein gemacht Ja, hier Hier gibt es nichts zu tun Klar, logisch Wir machen mal Wo können wir denn hinfahren? Badlands Wichtige Gangs Die Macs Tiger Claws Boah, schlimm Stadtzentrum Wir markieren das mal Fangen wir mal Richtung Stadtzentrum Und Abmarsch Was ist dasě Das ist das Das ist das Einiges Das ist das Dienes Sie Wir haben noch was gekriegt. Das war's. Wooh! In der Tour, Porta, Porta. Hier war's. Und jetzt geht's hier runter. Hier! Der ist hier! Na, raus! Hör mal! Was hast du für Probleme? Hm, dann nicht so. An alle Einheiten. In der Nähe, weitere verdächtige Aktivitäten gemeldet. Ah! 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 An alle Einheiten. Der Verdächtige ist unseren Patrouillen entkommen. Sofort meine... Ah! 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 Checkpoint Laden. Entschuldigung! Entschuldigung! Ah! 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 Die Lager öffnen, aufsteigen. Wer ist das? Schade, ich muss doch noch ein bisschen rausfinden. Ich muss leider entkommen. Das Spiel ist eigentlich schon... Was soll man sagen? Schießen wir in der Thomas-Fahrer? Was soll man sagen? 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 Okay. 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 Da hab ich das markiert. Okay. 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 So, ich hab nochmal geguckt, hier ist Docktown, das ist Docktown. Also, Pacifica Station, da war ich richtig schon in Docktown, ne hier ist Docktown, Docktown ist genau daneben, neben Pacifica, da war ich ja richtig, pass auf. Ah, da war ich richtig, leck mich am Arsch, Pacifica Station, da bin ich da hinten getockt, ja, da war ich bescheiden, ja, ich hatte noch welche Schäden, ich dachte, ich muss noch jetzt weiß ich mal, also klar, jetzt kann ich, alles verfolgt, ich bin in Loos und in Loos, um hier zu kommen, der ist noch Columbin, Ich weiß, es gibt noch welche Schäden wir in Loos und Weiß. Du weißt, wie? Läden, ich weiß. Naja, das ist höher, natürlich nicht. Du weißt ja noch mal ein bisschen, was du nicht mehr schausten. Geil, Alter, Alter. Ich glaube, es geht nicht. Ich höre nicht viel vorab. Hier auf die andere Seite. Ui, je. Gab es schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schau, ich sehe jetzt, ob du zu gehen, dann gehe ich nicht nur mit hoch. Ja, fahre. Du schieb. Du machst mal nach Fels, ey. Okay, jetzt sind wir hier am Stiftung. Ah, alles klar. Also, am Schatz zu gehen. Erstmal, komm. Oh, das ist ja. Ich bin hier, seit es einmal... Ich bin hier. 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 Was ist hier? Ich bin hier. Rundfunk des Arztbioda und Unruhe steckt dann. Augen auf. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, meldet euch. Ja, jetzt sind wir doch drauf. Wir fallen und zerfiss mich! So, ich bin jetzt mit dem M. Ja. Alles klar. Hier hinten kommt man auch rein. Kleidung Schwarzmarkt. Verkäufer. Pacifica Station. Ah, okay. Mal gucken, was die Bar sagt. Gehelt. Das ist gut. Gehelt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Tätou, die Tätou... Die Tätou, die Tätou... Oh, oh. Oh, oh. Oh, finino. Tätou. Warten wir es mal ab. Moment, ich gucke noch mal gerade was. Äh, Charakter, da, verfügbare Punkte, technische Fähigkeiten, was ist denn das jetzt, was ich da immer mache? Äh, Charakter... Konstruktion, Reflexe, technische Fähigkeiten ist das hier. Intelligenz... Intelligenz... Dann nehmen wir noch Intelligenz mal einen dazu. Okay, gucken wir mal, was haben wir denn noch? Na, und mein Schatz? Alles gut, ja, ich sehe, du bist jetzt gerade am Aufnehmen. Oh, ich bin doch noch am Aufnehmen, Entschuldigung. Mach nix, lass dich dich stören. Äh, fünf Minuten, ja, dann können wir drüber reden. Ja, kein Problem. Ich bin nämlich gerade mal gucken, wie man hier die Intelligenz von Quick Hacks vorbereitet. Könnt ihr ruhig mitkriegen. Ja, na klar, alles gut. Er ist gerade von der Fahrschule wiedergekommen. Ja, ich kam gerade von der Fahrschule, hab ein bisschen was gelernt. Fünf Minuten, dann kann ich die Folge beenden und dann können wir mal drüber reden. Ja, wunderbar, können wir machen. Ja, dann noch die fünf Minuten, noch viel Spaß, ne? Ja, danke. Ja, sehr gerne. Ich muss mal gerade überlegen. Speicherregeneration, Quick Hacks Schaden, 10%. Schalt den übertaktlos frei. Die Taste drücke E und aktivieren um diesen Modus. Kannst du Quick Hacks Auto benutzen, wenn du Level 3 falsch schaltest. Hab einen睛 mit der Welt, auch ein bisschen die Unterschiede mit dem Modus. Und dann noch Küchen. Einmal bei der четверgenden Modus. Neh, also eine Schlange. Neh, dann hau, keine Schlange. Neh, dann dachte ich nicht. Quakex mache ich. Zu gerne halt. Ich weiß gerade mal. Ich halte, was ich hier mal. Da rein. Ich will mal gerade was vom Mutten gucken. Ich muss gerade was gucken. grünes Weitschuss Ich lasse ihn auch noch Erzähl ich nicht, Fähigkeiten, auch Reflexe Nein, Reflexe Entschuldigung, aah Vorteilspunkt haben wir auch noch Reflexe, Momentchen mal Das brauche ich nicht Das krieg ich sowieso nicht hin Das krieg ich sowieso nicht hin Das müssen wir aber Das müssen wir leider machen Dann nehmen wir jetzt mal Intelligenz Das neutralisieren eines Gegners mit einem Kampfquick-Hack stellt Speicherpunkte in Höhe von 5 Euro zu den Gesamtkosten aller Quick-Hack von dem Ziel betroffen ist wieder her Eisbrecher Eisbrecher Übertakten Machen wir auch Was haben wir denn nur noch? Null Attributpunkte Ja Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Selbstzerstörung 28 Ui, die stehen genau richtig Die stehen genau richtig 28, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Noch nicht Immer noch nicht Immer noch nicht Immer noch nicht, was sind denn 28? Ah shit Du bist nicht so dumm, bist du? Saut dich auf hier Ja 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 Das ist wirklich, was du da? Ja 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 Geh mich! Okay. Das ist einfach ganz magisch an der E-Z-Fahrer. In Position, Leute! Mal gucken, ob wir verfolgt werden. Doch, was? Willst du das? Die Zeit tickt. Also drück mal aufs Gas. Ja, werden wir jetzt noch machen. Wolltest du doch gerade dann langsam da raus. Okay. Ja, scheiße. Ja, klar. War ja wohl logisch, ne? Wer die Toco-Fest einschalten, der geht gar nicht. Wir sind an der E-Z-Fest einschalten. Wir sind an der E-Z-Fest einschalten. Eine E-Z-Fest einschalten. Drei Kilometer und 2 Minuten 38. Unter dem Bild. Wäre zu lenken die Mistischer hier. Okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal hier anhalten und bremten. Noch 2 Minuten 11. Sehr cool. Haben wir hier was zum Auto nicht geschafft. Oh ja, da kommt ja auch noch wieder das Ding. 1 Minute 43. Frechzeit. Frechzeit. Geil. Geil. Du bist ein Naturtalent. Aber lasst uns fragen. Ich hab dir am üblichen Ort eine kleine Belohnung, die von hier... Jaaaa! Jaaaa! Sehr geil! Ja gut, ich würd sagen... Danke fürs zugucken! Wir speichern jetzt gerade mal hier! Spiel speichern! Danke fürs zugucken! Nicht vergessen, abonnieren, liken, teilen, kommentieren! Bis dann, euer Psy! Bye Bye Baby Rock'n'Roll! Ich danke euch fürs zugucken! Es war's wieder spitzenmäßig! Juuu! Ja, tschau!